hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video hier heute auf diesem kanal sofort und gleich und ja heute spielen wir eine runde minecraft skywars was wir schon lange nicht mehr gespielt haben wir haben wirklich lange schon kein minecraft mehr gespielt vor allem keine minecraft skywars runde mehr und ja das letzte minecraft video ist jetzt auch schon seit einem monat oder so das ist auch schon ein monat her deswegen hätte ich mir gedacht komm wir machen jetzt einfach mal ein minecraft video mal wieder wir peulen uns einfach direkt in die mitte und guck mal looten hier ein paar chest da haben wir doch schönes equipment lecker schmecker so diamant hose da kommt schon einer in die mitte und let's go ja das wäre sehr gut gemacht das das hat spaß gemacht ganz ehrlich muss sagen das hat echt spaß gemacht weil der hat einfach überhaupt nicht kapiert dass sie vorne haben wir noch irgendwas was wir unten einmachen müssen die hoppa so jetzt ist schon wieder gar kein gegner bei mir ich finde es echt unhöflich von euch wenn ihr nicht kommt das ist was aber was ärme sehr gut wow sehr gut gemacht sehr gut gemacht sehr gut Schade. Leider ist er nicht runtergefallen. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt zu dem und trecke den. Oh. What an Rie? Und? Ja. So spielt man eine Mildkraft. Willst du mich verarschen? Er baut sich erst in die Mitte, dann komme ich zu ihm, er pöhrt sich in die Mitte. Was ist das für ein Spieler? Weil er jetzt, ist er da draufgegangen gerade. Ja, das gibt's nicht. Alles schön gut dabei. Muss ich mal nachschauen. Wo ist denn der letzte? Das gibt's doch gar nicht. Wetten, das ist wieder so ein Camper? Das ist unbegreiflich, Leute. Die letzte Camper. Ach, das ist ein Nosecam. Okay, gut, das ist ein Stevie. Was soll ich da zu sagen? Warte mal, ich frage mal eben. Warum verkämst du dich? Na? Ach, da ist er! Wollte ich Schneewelle? Nö. Was ist das denn für ein Spieler? Oh Leute. Jetzt darf ich zu dem gehen? Oh, weil er sowas macht. So. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr gerne liken, Abo und Kommentar freuen. Bis dahin, haut rein und tschüss. Ciao.